Tag meine Lieben, ich bin euer Jäcker Willi Herren aus Köln. Heute bin ich in Bünde in der Fahrschule Safety Car. Hier habe ich übrigens meinen Führerschein gemacht und ich habe ihn auch bestanden. Safety Car. Und wo und wie ich es jetzt gemacht habe, kommt nichts. Hier ist immer was los. Also die Fahrt, die 250 Kilometer Fahrt haben sich gelohnt. Das Geile ist, wir bieten hier wirklich den Führerschein in nur sieben Werktagen an. Und ich habe ihn gemacht. In Siebenwerktagen habe ich hier, oh guck mal, der ist auch der Chef des Hauses. Willi, lieber Marc. Pass auf. Großes Jahr. Hier, pass auf. Das ist der Inhaber. Und mit ihm habe ich den Führerschein gemacht. Ja, durch ihn habe ich ihn bestanden. Und gleich beim ersten Mal. Und ich habe ihn noch nicht bestochen oder so. Nein, ich habe jeden Tag geübt. 14 Stunden war ich hier in der Fahrt. Stimmt. Aber guck mal hier, das hat graue Haare. Der sieht aber deutlich besser aus. Also meinen Führerschein habe ich jetzt seit 8 Monaten. Ja. Ich habe keine Punkte. War immer vorbildlich. Dann muss er selber lachen. Und guck mal, wer hier noch alles hat. Ja, guck mal hier. Ich werde bekloppt. Silvia Wolli, die ganze Familie Wolli ist ja hier. Hallo Willi. Alles gut? Alles klar? Habt ihr Führerschein gemacht? Oder macht deine für euch den Führerschein? Willi, wir sehen uns erst mal am Erkundigen und all das. Okay. Also ich kann nur erzählen, ich habe meinen Führerschein hier gemacht. Ich habe den in sieben Tagen gemacht. Ich habe den auch mit Bravour bestanden, ohne Fehler. Und ja, ich finde das ganz gut. Kann ich schon empfehlen. Wenn ihr euch entscheidet, dann safety car. Wie gesagt, wir hatten das ja auch gelesen und gehört. Man holt sich ja so ein bisschen Info rein. Wir waren jetzt hier wegen der Autogrammstunde und haben gedacht, dann gehen wir uns die Fahrstunde mal angucken. Haben denn deine Tochter getroffen? Ja, die fällt gerade um. Ja, ja. Also super. Wir möchten ja auch der Peter und Estefania jetzt als nächstes den machen. Super. Ja, zu 99,9 Prozent haben uns auch entschlossen, dass sie das denn hier auch in diesem Schnellverfahren machen. Das ist eine Entscheidung. Ich kann nur sagen, ich habe den Marc Höcker, den habe ich ja im Flieger kennengelernt. Auf dem Weg von Mallorca nach... Wo sind wir hingeflogen? Weiß ich gar nicht mehr. Nach Düsseldorf. Nach Düsseldorf, in der Stadt. Da haben wir nebeneinander gesetzt. Wir sind uns ein bisschen näher gekommen. Und seitdem sind wir quasi unzertrennlich. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, das ist eine Fahrschule mit Herz. Safety Car Fahrschule Höcker in Bündel. Die Südkarte